Ich habe derzeit ein kompletter Condi-Block von dem abrupten Abbruch von der Saison. Eigentlich bin ich direkt ins Condi-Training eingestiegen und jetzt in drei Wochen ungefähr gehen wir dann eh wieder Skifahren. Von dem her läuft alles auf Plan und ich freue mich schon. Ich bin jetzt in einer ganz neuen Gruppe, also bei uns hat sich damals die Kombi-Gruppe so dazwischen drinnen gegeben und jetzt gibt es eine neue Gruppe, die WC3-Gruppe. Da sind wir zu viert, also vier Mädels, die eigentlich in allen Bereichen sehr gut drauf sind und ich glaube, wir können uns gegenseitig richtig gut pushen und die Gruppe macht halt einfach das aus, dass der Schwerpunkt eher auf der technischen Seite liegt und das zieht sich dann einfach bis in die Abfahrt durch und das macht auf jeden Fall Sinn für uns und ich freue mich jetzt auf die neue Konstellation und bin gespannt, was die Trainings noch bringen. Bis zum nächsten Mal.